Untertitelung des ZDF, 2020 Die Welt ist schon ziemlich geil Auf jeden Fall Uh, Kaffee Und Tacos Oder so Geil Die wissen, wie man lebt Also offenbar nicht, denn sie leben ja nicht mehr Aber Die wussten, wie man lebt Ja, Rüstung Nice Alla Okay Massenexplosion Ich denke mal, das brauchen wir jetzt unten Ich hoffe mal Aber ich habe im Augenwinkel gesehen, dass die Kabel dann nach vorne gehen Ja, das grüne Licht ging an Alles ist gut Was gibt es hier noch so Ist das keine Munition? Schade Was gibt es hier so Gar nichts, okay Dann könnten wir gleich hier rüberjumpen Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg gibt Keine Ahnung Ja, Munition Alla Geil Ich bleibe aber bei der Schrotflinte Was ist hier? Okay, da hat irgendwer schon ein paar Viecher erledigt oder so Oder gezählt Alter Brutal, ey Ich bleibe aber bei der Schrotflinte 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 Diese Musik finde ich auch sehr stimmig, muss ich sagen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Macher von Avatar dieses Spiel gespielt haben. Und eventuell die Macher von Hop, wozu es auch einen Let's Play auf meinem Kanal gibt, haben wahrscheinlich dieses Spiel auch gespielt. Es gibt schon ein paar Parallelen, muss man ehrlich sagen. Alter, schreck mich nicht so total erschrocken von dem... Aua, Alter. Da ist wieder so ein Explosions-Ding. Lieber gleich mal explodieren lassen, bevor was passiert mit uns. Alter, es ist echt so eine geile Welt. Da vorne ist schon wieder ein Schwimmvieh. Ein Unterwasservieh. Ah, ah, Alter. Ich sehe die gar nicht, die sind so gut getarnt. Ja, ja. Alles gut. Ja, ein Schwimmfreund. Nice. Mit dem werden wir uns gleich mal anlegen, würde ich sagen. So, der ist down. Ein riesiges Seerosenblatt. Geil. Achso, das geht unter, okay. Oh, ja, ja, ist gut, Alter. Ist gut. So, alle down. Alter. Okay, da drüben ist noch keiner. Der hat das irgendwie überlebt gehabt. Also, der hatte das überlebt, irgendwie. Alla. Ach, da schüttelt. Alla, ich kann... Ich sehe die nicht. Die sind so gut getarnt, Alla. Ich check's nicht. Okay. Hier könnte man doch oben, aber die sind zugeklappt. Vielleicht später oder so. Aua. Aua. Ja, gib mir Rüstung, Alter. Geil. Ja. Einfach weitergehen. Oh. Achso, das war's. Okay. Schade. Voll geil, Alter. Ist da jetzt ruhig? Ja. Da gibt es Frieden. Oh, ja. Müssen wir die Teile abschießen oder so? Nee. Hm. Gute Frage, bis hier weitergeht. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das der Weg sein würde. Vielleicht müssen wir es schlagen. Nee, auch nicht. Was bist du? Kann man nix tun? Okay. Ah, ja. Gute Frage. Ich stehe schon wieder total auf dem Schlauch. Aber das sieht schon verdammt nach dem aus. Sonst würde es hier weitergehen oder so. Von hier sind wir gekommen. Das ist klar. Nee, keine Ahnung. Gibt es hier. Gibt es hier irgendwas? Äh, Feuer vielleicht? Da oben waren, glaube ich, so... Leuchtfeuer. Die sind aber mittlerweile schon leer, leider. Ach so, alter, um die Ecke. Okay. Munition verschwenden kann ich richtig gut. So, was ist das jetzt, alter? Ah, aber das mussten wir töten. Alter, ist das strange, okay. Der freute sich schon total, uns zu sehen. Und ich habe ihm einfach in die Fresse geschossen, Alter. Ach, das generiert Leben. Ah, okay, geil. 100, 100, perfekt. So, dann geht es jetzt immer um irgendwelche komischen Ecken rum. Denke ich mal. Geil. Okay. Jetzt kennen wir das Prozedere auch schon aus den FF. So, jetzt... Jetzt geht es rund, alter. Ja. Alter, hier sind überall diese Amöbendinger. Uh, Fledermäuse. Alter, was sind denn das für Teile? Die explodieren ja komplett, alter. Die wissen, was Leben heißt. Okay. Übelste Dinger sind das. So, sind alle tot. Na, Gott sei Dank. Meine Schrotfinden-Munition ist leider schon relativ leer. Aber dafür, dafür sieht es bei den anderen Sachen nicht mehr so übel aus. So, was geht jetzt hier so ab? Okay, da vorne leuchtet was. Was ist das jetzt alles? Was ist das alles? Was ist das alles? Ah, okay. Ah, okay. Da geht der Kristall wieder ab. Natürlich. Wo wird der jetzt wohl sein? Spannend. Okay. Okay. Die sind echt extrem heftig, die Viecher. Okay, okay. Die kommen alle mal in mein Gesicht und explodieren einfach. Äh, ja. Ja. Ah, nice. Okay. Jetzt haben wir den Kristall. Jetzt können wir hier runter. Okay, nice. So, wo geht das Kabel hin? Ah, ich teleportierdingens. Laden wir mal... Laden wir mal kurz alles nach, was zum Nachladen geht. Ah, ja. Okay. Und los. Geil. Ah. Munition ist immer gut. Kann ich das wieder zurück? Nee. Okay. Hä? Okay. Habe ich das Ding jetzt aufgehoben? Nee, da liegt es. Womit kann ich das nicht nehmen, Alter? Das sieht ja mega funny aus. Okay. Cool. Ach, okay. Ich muss das explodieren lassen. Also. Ja. Komplexe Höhlen-Systeme auf jeden Fall. Da geht es wieder nach oben. Ich bin total überfordert von dieser Welt. Ich würde gerne mehr dazu sagen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, Munition. Der hat irgendwie gerade ein paar Schüsse abgeblockt oder so. Hat sich auf jeden Fall so angehört. Alles total beleuchtet hier. Okay, das Zeug hier kann ich nicht aufheben. Alter, hier explodiert einfach alles. Ich darf bloß nicht in so eine Mine reintreten, Alter. Ich habe Angst. Ja, okay, geschafft. Ich denke mal, das ist irgendein alternativer Weg. Das sieht auf jeden Fall nicht so storymäßig aus hier. Ja, obwohl wir hatten schon mal so ein Labyrinth mit Fallen und so. Das könnte doch storymäßig sein. Alter, Headcrap. Okay, wenn der hier irgendwo reinhüpft, Alter. Alles down. Da ist noch einer. Okay, lieber mal speichern. Okay, okay. Alles mit der Ruhe. Oh. Die darf ich jetzt am besten nicht wecken. Ganz ruhig. Ich bin gar nicht da. Hey. So, aber jetzt, Alter. Was? Es ist nicht alles explodiert? Schade. Ich dachte, da würde jetzt alles explodieren einfach. So, was geht hier? Oh. Hallo. Ein blauer Kristall. Aber er hielt uns leider nicht. Okay. Alter, wo bin ich? Ich bin ja irgendwo einfach. Gott sei Dank ist hier überall so ein schöner Boden. Das wäre der andere Weg gewesen. Schätze ich mal. Glaube ich mal. Ah ja, voll healen, bitte. Bei der Macht von Greyskull. Oder Skar. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, okay. Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Aber ich denke, den lootfreudigsten Weg haben wir gewählt. Was ist hier so? Ach. Dann waren wir hier schon, oder wie? Ne, keine Ahnung. Oder wir müssen mehrere Wege gehen. Ich weiß es selbst nicht. Aber da geht auf jeden Fall noch so ein Ding rein. Okay. Da geht so ein Teil rein und runter. Mhm, okay. Da drüben ist ein Spucktier. One Shot down. Sehr nice. So gefällt mir das. Geil. Mhm, okay. Jetzt geht es wieder nach oben. Geil. Ja, da sind natürlich wieder so Spuckarschviecher. Und da ist auch noch keiner. Ja, da ist auch noch keiner. Ja, von unten kamen wir. Okay, nice. Geht es noch weiter nach oben. Ja, da sitzt natürlich noch einer. Ja, da ist noch einer. Alter. Alter. Jetzt übertreiben die es aber gerade ein bisschen mit diesen komischen Viechern da. Wo ist denn der? Alter. Alter, der hat gerade drei Hits geschluckt. Übelster Motherfucker einfach. Ja, jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich von Ding zu Ding springen. Ist da dieses Ding endlich mal, was ich da abfeuern muss? Ja, hier. Nice. Ja, heal mich voll, Alter. Heal mich voll. Geil. Da unten laufen überall diese Explodierviecher rum. Ich schätze mal, dass das alles nur, falls ich mal runterfallen sollte. Hoffe ich mal. Ich will da eigentlich gar nicht runter. Ehrlich gesagt. So, da gehen zwei solche Wurzen rein. Und werden dann zu einer. Äh, gut. Alter, wie soll das gehen? Ah, ja, ich hab's. Gott sei Dank. Was bist denn du, Alter? Auf jeden Fall kann ich da einfach durchgehen. Toll. Äh, das wird immer mehr zu einem riesen Jump'n'Run, das Ganze hier. Das war's für heute. Bewertet das Video, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.